willkommen bei malina und zu folge 57 von grounded wir sind ja jetzt hier mit stone auf der second base die wir jetzt gebaut haben ein kleines feines dingen ein bisschen ergonomischer durch runde wände hat auch noch gut geklappt beim bauen und nur die nachbarschaft ist ein bisschen kacke die miete die wir jetzt haben wir hatten als ich jetzt aufnahme beendet hatte da war natürlich trotzdem das von käfer da und dann uns auch direkt angegriffen das ist diese kletten warte mal hier weiß ich nicht du hattest davon mal ein paar gesagt ja aber man kann damit bauen aber sind die was für ein vortrag das bringt keine ahnung kletten boden konnte man machen aber ist das eigentlich neu weil du hast doch bei uns umgebung gefunden bei der alten base ja ich komme jetzt gleich ich komme jetzt dazu warum soll ich erst abgeben nimm die mitskeule nimm die mitskeule ohne mich hätte es nicht geschafft da muss jetzt auch noch mehr material sein dass wir nicht haben so dass das das okay das dahin das werde ich gleich essen was ich hier ein bisschen vermisse ist wir müssen ja auch noch so ein wasser ständer aufbauen ja 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 was brauchen wir denn das ist gute frage kieselchen größe kann ich vielleicht herstellen ja nur seiden soll haben wir nicht ja oder ich gehe noch mal zurück zur base und gucken ob da noch etwas ist ab auf sie ab 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 boden egal ob er sagte schnappen kommen dreh ab genau ich glaube manchmal manchmal kriegt die mücke ein natürlich mal runter ist auch kletten der ameisenbau wir sind auch noch kletten warte mal und hei 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 kam den am end and wap 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 das war es ja nur noch zeit ich gucke mal auf das zu hause haben ich bin auch noch mal vorher haben wir ja auch noch ein paar zwei rüsselkäfer mit oder drei hier aber nichts okay acht seiten soll haben wir noch da okay brauchen wir sonst noch was von zu hause im moment nichts gebrauchen am ende noch mehr saft war für wollen dich loswerden warum meinen die dich oder was ja vielleicht sollte man wirklich noch mal so einen zweiten festtagsbaum bauen ich sag dir das was sind die viele von ihnen überall wo du es ist trouble das brauchen wir nicht die frage ist brauchen wir irgendwas so da brauchen wir nur seinen seiler haben wir da wasserbehälter wäre natürlich auch nicht schlecht kleblatt grobes seil hätten wir da das brauchen wir nicht ach ich truhe dafür brauchen wir saft oder vorratskörbe können wir auch bauen mit grobem seil schafft haben wir nicht das problem ja ich war es eine werkbank dafür brauchen wir auch zwei saft stachelhalm das wäre gar nicht mal schlecht als wir bräuchten eigentlich das eichel geschützt da wenn so ein glashockkäfer kommt das wäre ja ich bringe mal blütenblatt mit obwohl der seidensalb wird sogar vielleicht passen blütenblätter wo waren die denn jetzt blütenblätter wie viel brauchte ich sechs ach nur einmal egal egal oder 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 abholen und irgendwo hatten wir auch schon geschossen dafür ja erdige geschossen da habe ich gucke einfach mal so ich komme zurück so da müssen wir irgendwie gucken dass wir entweder pinien zapfen da bekommen oder aber noch irgendwelche termiten krieger dann beseitigen ich glaube du hast ein problem wenn irgendeine stechmücke schon in luft ist weißt du weil wenn die nicht in luft ist ich dann erspäht oder sens habe kein leben mehr das war ein bisschen zu groß aber die der minzkölle ist wirklich gegen die ja das ist gut ich glaube du brauchst noch drei hits obwohl der eine hit von mir war aufgeladen also ich weiß nicht ob du vielleicht brauchst du vier normale schläge oder so ich weiß es ja nicht hier soll irgendwo ein zahn sein kann ich schnell so ein ding bauen hast du unkraut stengel ne ne haben wir jetzt nicht zwei stück da ne larven ausgerechnet noch ne ja ich hoffe ja die müssen ja hier angreifen warte ich guck mal ob ich noch mal schnell zwei unkraut stengel kriege ja oh ne da unten ist der naso käfer der jetzt auch über trampolinen springt glaube ich das ist die beste verteidigung oh mein gott ist der weg ich habe Angst dass die bei unserer haupt haupt normal base kann man die sehen auf der map was verteidigt doch gottchen neil ich habe sorge in der wo gleich keine first base mehr noch immer hoch kann auch kommt hoch komme ich immer raus also also das ding ist jetzt fertig gebaut vielleicht eher hierhin stellen oder so okay also ich gebe dir mal hier aus dem inventar dann gehst du mal rein ich will jetzt einmal nämlich sehen ja gut so sollte das nicht sein okay dann geh du mal da rein ja und ich versuche mal einen anzuhören ja 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 da kommt einer okay ja wo ist sie jetzt schon angst okay ich habe ich habe eingegeben ja du machst schaden aber das ist jetzt nicht so viel ne aber es kann doch helfen oder ich weiß nicht wie schnell gestimmt werden ja das waren jetzt auch erdige geschossen wir sind zwei so ich habe nicht die dings muss keine wir sind ja stimmt warum hat sich das angehört dass da hier was war Nein, wieso habe ich keine Ausdauer gehabt? Okay. So, wo bist du hin? Äh, ich bin hier oben. Ach, da oben. So, das, das, das. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Vorratskorb, sonst geht das hier nicht. Äh, es ist vieles zu wenig. Grobes Seil, kann ich noch was herstellen? Wir brauchen aber... Okay, grobes Seil haben wir auch. So, hier, ich tu dir... Achso, ich muss dir die braten, stimmt. Wir brauchen auch Saft für Verbände. Ich habe auch fast keine Verbände mehr. Ich habe nur noch einen. Wie viel hast du denn? Zwei. Zwei? Oh, shit. Äh, ich frage mich, ob hier unten nochmal Saft ist. Warte mal, ich gebe nochmal kurz hier runter. Guck da. Ach man, ich verbrauche immer diese Löwenzahn. Okay, einmal. Okay. Ich bin kurz nach Hause. Guck, ob die Saftbaum da... Wir haben irgendwo doch auch, ähm, ich weiß aber nicht mehr wo, haben wir doch in irgendein Holzdingen, äh, so ein Saft-Sammeldingen reingebaut. Geht das hier eigentlich auch? Warte mal. Ungültige Oberfläche. Ungültige Oberfläche. Also das geht hier nicht. Äh, du... Nein, 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 nein. Nüßt, 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 nüßt. Oh, mich hat den Lastenointed entdeckt. Ich bin untergefallen wegen der Mücke. Habewege. Okay, er hat von mir abgelassen. Ach nee, nicht drei Monsters hier. Vier. Ja, okay. Oh, jetzt benutzt er bestimmt wieder Trampolin. Na? Ne, er packt da fest. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das überlegt habe. Was für ein Monster denn bei uns zu Hause? Steht das zu Hause noch? Oh, scheiße. Warum kommt er? Ach nee. Nee, ist das gleiche Mücke? Ist das denn Spinne? Warte mal, Pollen hatten wir da, glaube ich, auch schon, ne? Pollen, das, das, das. Grobes Seil, das, das. Ja. Also wir sammeln jetzt hier auch schon ordentlich kräftig. Und Saft haben wir dreimal. Kann ich das eigentlich hier auch im Inventar herstellen? Äh, Faserverband. Äh, Faserverband. Okay. Der braucht man auch Saft. Für die Verbände? Hm. Ja, ja, für die Verbände brauchst du auch Saft. Das stimmt. Hey there, buddy. What's up? I was talking to the auntie. Oh, yeah, I knew that. So, ich schaue mich hier schon mal ein bisschen weiter um. Was ist das denn? Drückender Grasbrocken. Was ist denn das? Was ist denn das? Das sind normale Pilzbrocken. Also, wo bist du jetzt auf der Karte? Ich bin ganz in der Ecke, also etwas weiter weg. Weil das ist doch... Ach, das ist der Reifen von dem Fahrrad. Und oben am Fahrrad ist da irgendwie so Science auch, sehe ich. Hier ist ein Rüsselkäfer. Das hat wohl nicht geklappt, Laus. Die macht ja erst auf sie aufmerksam, ne? So, hier, hier, hier bin ich und dann will sie abhauen. Und dann kam sie noch nicht mal hoch. Ich weiß nicht, waren wir schon mal hier hinten? Wo bei der... Ja, du musst das gleiche einfach nur mir folgen. Ist das hier der Termitenbau? Ist das hier der Eingang? Nee. Oh, was ist das hier? Ja, doch. Doch, doch, da vorne muss das Holz irgendwie sein für die Termiten. Bist du schon wieder hier bei uns oder bist du noch bei der alten Home? Ich bin noch beim Alter Home, ich nehme noch kurz was Saft mit. Das hier muss auch ein Saftbaum sein. Ach, und das war was hier? Ach, das ist robuster Quarz, den können wir doch abbauen. Wie, Grab, ach so, das braucht... Ups. Da, mach der. Okay, aber hier ist nichts mehr. Kommen wir ja irgendwie hoch. Warte mal, ich frage mich das. Also, ich dachte, es war doch irgendwo... War es bei einem Baum? Wo wir das Saft gemacht haben, oder? Ja, ich meine, Richtung Hecke war das. Richtung Hecke, dachte ich. Da haben wir irgendwo... Es muss da so ein Ast sein. Da hätten wir was reingehämmert. Dachte ich. Warte mal. Ist das auch Holz oder ist das Stein hier? Nee, ungültige Oberfläche. Auch ungültige... Er fordert Wand. Nee. So, schlitzenscharf. Salzig wäre Schwächen. Ich weiß nicht, wie stark die ist. Also, wenn Stechen, da müsst ihr eigentlich... Ja. Okay. ich muss aufpassen ja ich kämpfe jetzt gerade mit so einer Soldatentermite und so einer Arbeitertermite und ab und zu ich habe jetzt irgendeine Mutation ab und zu hinterlasse ich irgendwie so einen Blitzschlag fülle ich mich wie Thor die habe ich bist du schon wieder hier saft aber okay saft habe ich komme ich irgendwie hoch jetzt haben ich habe ein pflanzen vor so ja ja und hier auch was da noch und ob es sie ist seins rothrauch das ist die nashornkäfer Ich glaube nicht, dass ich eine große Tante machen kann, einen von ihnen zu töten. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was er da ist. Splitter? Warte mal, ich habe Splitter? Stufe 3. Im Termitenbau bin ich nämlich so ein bisschen halb drin. Ach, ich habe auch noch mal Splitter. Ist ja nur noch mehr gewesen dann, weil... Komm schon, komm schon, komm schon, ist ja noch Splitter. Oh, nee, 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 nee. Wolfspinner. Da habe ich mich nicht mitge Lemon. Eine so was, eine Spinne? Wof, eine Spinne. war es schon jetzt ganz schön viel saft übrigens nur bei den termiten hier wie komme ich jetzt hier hoch ich nicht runterfallen Da ist eine Stechmüllung. Okay, mit der müsste ich sie auch noch aufnehmen können. Vergessener Gartenhandschuh was entdeckt, Stone? Oh, der burzelt. Oh, der ist auch noch Splitter. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Müssen wir ja auch erstmal ein bisschen analysieren. Aber ich nehme mal mit, was ich kriegen kann hier. Die auch. Oh, 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 oh. Splitter. Die auch. Anscheinend. Ja, das ist ja meistens so ein landschaftliches Ding, ne? Also der Gartenhandschuh, du wirst in der Nähe von so einem Handschuh sein. Stimmt. Aha, raus, weins. Nice. Ich bin hier fast auf dem Tisch. Hier sind zwei Stechmüllung. Jetzt habe ich schon Scarabs. Wie schaust du? Nee. Wie Scarabs. Sag mir, da ist ein Scarab over here. Oh, Töte-Scarabeeus? Glitzernde Käferpanzer. Ah, den haben wir... Nice. Den haben wir ja einmal gesehen. Ja, weil er sagt mir, hey, da ist... Ups. Whatever it was. Warum kommt jetzt noch eine Biene? Okay, dann komme ich jetzt hier hoch. Hä? Ach, habe ich schon. Oh, oh, oh. Okay, ich habe... Warst du schon auf dem Tisch an der rechten Seite? Oh, warte mal. Das ist ein Jungspinner. Und noch einer. Ey. Warte, was für's noch kommt. Komm, 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 komm. Oh, hier sind Spinnen. Oh, shit. Oh, ich habe hier... Oh, ich habe hier... Stone, ich höre hier irgendwas. Oh, Bits, lass mich nicht sterben. Hier ist irgendwo eine Wolfsspinne. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ach, die Spinne kämpft da oben gegen Mücken oder was? Oh, oh, oh. Ich habe hiericon. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Giulio. ja man muss hier so irgendwie hoch sich hoch in einem ermitteln ja ja da war ich auch einmal kurz drin ich glaube ich komme nicht auf den tisch drauf das ist eine heckenschere ein kleiner blumenstrauß das breitdose und so weiter blütenblätter von hier oben bestimmt gehst du jetzt rein ich muss sie damit loswerden wo bist du reingegangen so halber weg da musst du von oben springen er bin jetzt hier also da du bist da reingesprung von haubert mittel ja weil ich könnte vielleicht problem ist man und hier kann es aber weiter rein ja ich komme zu dir ich denke ich kann nicht ein großartiger tent um zu töten zu töten zu töten ich denke ich kann nicht ein großartiger tent um zu töten zu töten zu töten ich kann uns heilen das ist nicht gut hier Oh, drei. Drei. Okay. Hier ist irgendein Stein. Den können wir abbauen mit Level 2 Hammer. Ja. Okay. Hier, das kann man mit dieser Axt abhämmern. Ja. Hier sind aber bald Nägel drin und so weiter. Also ich finde, dieser Mückenstachel, ne? Ist immer noch richtig geil bei dem Lifesteal, den du dabei hast. Und der Geschwindigkeit. Naja. Kurz ausruhen. Ja. Oh, hier vorne werdet es immer mehr. Noch hält der Lücke stark. Ich habe keine Verbände mehr. Ich habe nur noch einen Helmhaut. Aber ich habe ihn nicht. Oh, kein. Oh. Genau. Jetzt fährt er. Komm, komm, komm. Ich habe das sogar was gebracht. Also noch mache ich Lifesteal. Noch hält das Ding. Warte, wir müssen erst mal die Kleine. Warte, wir müssen erst mal die Kleine. Oh, Stone, Stone. Was ist das für ein Nest hier? Verdammte Scheiße. Nee, nee. So. Kommst du hin noch klar? Na. Bin fast tot. ja ich hab Verbände, ich hab Verbände ich hab nur noch zwei oh ja ich mach das, ich mach das noch hab ich Lifesteal aber gleich ist mein Ding kaputt kein Ausgang uh, pass auf, ja ich lass mal ach scheiße hier zwei Verbände so, ich muss mal was essen verdammte Shit so just pretend it's beef jerky just like a fruit pounder don't even need to boil it nice jetzt ist mein Ding so schwer, aber kaputt warte mal, kann ich das, äh konnte ich glaube ich nicht reparieren, ne? ja, doch mit Superkleber, dann könnte ich es reparieren aber jetzt nicht mein Schild ist fast kaputt echt? warte mal, hab ich einen Rüsselkäfer bei? Rüsselkäfer... ne, leider, leider nicht die sind alle auf dem hier ist auf jeden Fall Science ne, für das brauchen wir damals, äh Hammer ist im Brocken für das Shit ach so, wir haben schon ein anderes Shit, ne? nice ok Level 3 noch kein Level 3 Hammer ne, dafür brauchen wir irgendwelche Puppen vermietet Puppen? aufsah ok 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 es ist wem was in hier weg haha ok 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 wem was in hier weg haha ok Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, da kommt noch eine dritte. Kommen wir auch noch ab. Kommen wir auch noch ab. Das hat jetzt keinen Sinn. Ey, ich hab kein Schild mehr. Nur wir müssten irgendwie bestimmt hier auch mal richtig rein. Oh, die kommen jetzt noch nicht schön. Nur ich kann jetzt übrigens, hab ich keinen Löwenzahn, ne? Warte mal, hab ich das? Sind wir hier safe? Naja, wir sind gerade safe. Ich hab ein Inventar, ne? Ne, nenn die mal. Was soll? Das werden wir rausfinden jetzt. Nehmen wir einfach die Schilder-Tauber. Oh, was ist das? Saft? Oh, Saft. Ja, da muss sogar noch einer. Oh. Ja, unten. Oh, nice. Nice, nice. Boah! Ich hab ein. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Ich kriege öfter einen mit, seitdem ich das große Schwert benutze. Ach komm, hierzu noch so einen Arbeiter. Den brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Nee, warte, was ist das hier? Warte, warte. So. Nee, nicht noch. So. Oh, da kommt noch einer hinter uns. Oh. Fährt mehr. Ja. Okay. So, jetzt bloß nach Hause, bloß nach Hause. Also, das war jetzt ein langes Loot-Dingen, aber auch geil. So, ich nehme mal ein paar Kiesel mit. So, wo bist du da? Ja. Stopp, da ist noch mal raus. Oh. Fuck. Habe ich keine, habe ich keine... Oh, ich kann die Melaus nicht holen. 15. Oh Gott. Hier ist übrigens Kaugummi, ne? Falls wir brauchen. Oh, brauchen wir. Brauchen wir. Echt? Für die... Ja, für die... Ja, du brauchst auch so. Ja, du musst erst schlagen, dann hoch springen. Ja, ich habe aber kein Level 2... Ach so, schon. Ich habe aber keinen Platz mehr im Inventar. Ja, hört dann einmal auf. Ey, wie lange noch? Ja. Cool. Ich glaube, hier können wir rüberspringen. Wo ist denn unser Zuhause, verdammt? Ich spring hier auch nochmal rüber. Warte, ähm... Du willst noch, äh... Unkrautstängel haben, oder was? Hm... Wurstelbrunge, ey. Ach so, ja, stimmt. Ich nehme die Unkrautstängel auch mit. Oh, ich sehe die. Hä? Ja, die liegen da unten tatsächlich da. Ach, scheiße, egal. Ach, Mann. Also, wenn hier mal was nach Plan läuft, ne? Das ist so schön. Hey. Tastes gut. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Ob die ich hier reintun kann. Und das haben wir noch da. Das tue ich auch mal da rein. Netzfaden. Oh, ähm... Oh, ähm... Nach Hause, das... Entdecken in der Wächenschaft. Mal zu diesen Splitter. Warte mal. Wo ist das Feuer? Da. Oh, nice. Mal zu den Holzsplitter analysieren, oder... Hm? Hm? Sei dein glitzernde Käferpanzer. Ach so. Ach so. Ja, warte, ich komme mit. Ist... Obwohl, das können wir ja auch, äh... Am Ende der Runde machen. Hm. Raten, raten, raten. Wir haben die auch noch. Ziemlich viele Material, oder? Weil ich hab diese Holzsplitter. Mach mal viel Saft. Ach, du bist jetzt grad da drin, ne? Ah... So. Tja. Dann... Warte. Haben wir jetzt noch irgendwas hier, was wir da drüben gebrauchen können? Ja, den da, ne? Und das da. Ja. Ja, gut, okay. Dann war's ja, glaub ich, erstmal mit Folge 57, ne? Wir werden dann noch rüber gehen und gucken, dass wir die Sachen analysieren. Ne? Und... Bis... Das ist nein schon wieder los. Ach so, irgendwas ist das Essen fertig. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, ciao! Joan! Oh.